Hallo Freunde, willkommen zurück zu unserem YouTube-Kanal von Alicante Real Estate. Mein Name ist Alex und ich freue mich sehr, über dieses Video zu präsentieren. Und natürlich helfen unseren Kunden mit dem Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien an unserer schönen, sonigen Costa Blanca Region. Wir befinden uns jetzt in einer sehr bekanntesten und schönen Gegend von unserer Stadt. Wir sind in dem Strand von Naufragos. Jetzt ist Oktober, die Mitte von Oktober und wir haben noch Leute, die im Strand hier liegen und ins Wasser schwimmen. Also das ist ein Top-Gegend, weil wir haben zwei Strände. Strand von Naufragos mit geöffnetem Meer und Strand von Asekion. Der ist ins Hafen geschlossen und hat keine Wellen und es ist super bequem, mit den Kindern da zu sein oder für Leute, die keine Welle haben möchten. Und nur von hier, von diesem Punkt, 200 Meter von hier, wir haben ein sehr gutes Angebot, zwei Schlafzimmerwohnungen, der befindet sich genau hier, fußläufig von diesem Punkt und ein sehr schönes Gebäude, nicht im Alter als 20 Jahre und in sehr gutem Zustand. Folgen Sie mir und wir schauen uns an diese Wohnung von innen. Und wie versprochen, hier sind wir also wie gesagt nur 100 Meter vom Strand von Asekion. Wir sind hier in sehr guter Position, weil da 200 Meter von hier gibt es ein schöner Park, es heißt Rincón de Asturias, Eingang und Ausgang zu der Bundestraße. Sie können direkt nach Cartagena oder Alicante, Oriola Costa, Cartagena, diese Richtung, Lasenia oder Alicante fahren, super bequem, ein kleines Supermarkt hier in die Ecke und natürlich die ganzen Einkaufsmöglichkeiten und alles hier in der Nähe. Das ist der Eingang zu dem Gebäude und der Wohnung ist hier in dem ersten Stockwerk. So, wir sind in dem ersten Stockwerk, hier ist der Auszug, die Treppe und wir haben nur zwei Wohnungen pro Etage. Es ist nicht üblich, aber in diesem Fall, diese Wohnung hat noch einen Gang, das ist privat hier, wie Sie sehen, es kann man hier, also es ist mehr sicher, weil Sie haben zwei Türen und Sie können auch hier private Sachen lassen, Kleidung oder Schuhe, das ist hier, das gehört schon zu dieser Wohnung und es ist privat. Wir gehen rein und rechte Seite, wir haben zwei Schlafzimmern, ein Badezimmer, Wohnzimmer, Küche und Balkon. Wir fangen an mit den Schlafzimmern, ich möchte auch sagen, dass diese Wohnung hat elektrische Heizung. Erster Schlafzimmer, nicht so groß, aber wie Sie sehen, es gibt eine Möglichkeit, um ein Doppelbett hier zu stellen und es geht nach außen. Das ist ein Innenhof, aber Innenhof ist ziemlich groß, breit, kein Nachbarn, also es ist sehr frei. Doppelverglasung in die ganze Wohnung. Hier kann man noch einen Schrank stellen. Sehr guter Zustand, Zustand ist echt gut, die Türen und alles ist in super Zustand. So, jetzt, wir gehen direkt zu den Hauptschlafzimmern mit Einbauschrank. Genug Fläche und ein großes Fenster, der nach diesem Innenhof geht, aber wie gesagt, es ist super breit. Folgen Sie mir weiter. Und weiter gibt es ein Badezimmer mit einer Duschkabine, die ist renoviert und in sehr gutem Zustand. Das ist super bequem auch, Sie können separat diese Tür schließen, dann sind die Schlafzimmer separat von die Wohnzimmer für eine Party oder wenn Sie Kinder haben. Ich finde es super bequem. So, eine komplette Küche, in sehr gutem Zustand, die Schränke sind in gutem Zustand, hier ist der Wasserboiler oben und ja, alle elektrischen Geräte und Möbel sind dabei ins Preis. Küche hat so eine Arke, ja, und so eine typische spanische Küche. Heizung hier, Sofa ist neu, die beide, die sind neu, ja, und Klimaanlagegerät ist auch ziemlich neu, hat weniger als zwei Jahre fahren hier. Und ja, normalerweise, hier muss man nur das Möbel tauschen, wahrscheinlich etwas mehr Modernes, weil der ganzen Rest ist super gut. Hier muss man nichts machen, nur wahrscheinlich etwas Modernes so mit Möbel stellen, dann wird es super gut vermieten und ja, wird auch super aussehen. Wie gesagt, Doppelglasfenster, Schiebetüren hier, die nach diesem Balkon hier gehen und wie versprochen, wir haben hier schön den Meerblick zu Hafen und zum Strand von Asequion. Ja, also von Lage ist echt top, wir sind nur ein Kilometer von Innenstadt, von Torreveja Zentrum. Es gibt einen guten Supermarkt hier, die Alprix, nur 300 Meter, 400 Meter von hier, zwei Minuten zu Fuß. Das wichtigste Ding, Strand, nur 100 Meter von hier. Ich habe Bekannte aus Deutschland, die haben gekauft hier, 20 Meter von hier. Hier, nächstes Gebäude, die haben hier eine Wohnung gekauft mit zwei Schlafzimmern, die sind super zufrieden. Jeden Morgen, der Mann steht auf und er geht sofort zum Strand, muss kein Auto nehmen, muss nichts vorzubereiten. Einfach die Badehose und direkt zum Meer. Also, die sind super zufrieden. Diese Wohnung hat sehr gutes Potenzial zu vermieten, also für Ferienvermietung, weil wir sind gerade im Strand. Und die sehr gute Position von unserer Stadt, es gibt auch viele Nachfragen hier für diese Gegend. Es ist sehr bekannt, der Strand von Naufragos ist sehr bekannt, auch in unserer Stadt. Und wie gesagt, in zehn Minuten, sie können direkt in der Innenstadt sein. Also zu vermieten und auch so für Urlaub, top Gegend, top Wohnung. Preis von dieser Wohnung liegt um 135.000. Es gibt noch eine Möglichkeit, einen Stellplatz zu erwerben, einen sehr großen Stellplatz mit 15 Quadratmeter Fläche. Noch extra für 13.000. Das ist nicht in dem gleichen Gebäude, aber es ist nur 200 Meter von hier. Sehr in der Nähe, sehr nah. So, das ist alles für heute. Ich wünsche Sie alles Gute. Verteilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden, Lieber und Bekannten. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und wenn Sie weitere Fragen über diese Immobilie oder eine andere Immobilie haben, kontaktieren Sie mich. Sie haben hier meine Telefonnummer in diesem Video und wir sehen uns nächstes Mal in unseren YouTube-Kanalen. Alles Gute. Adios. 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 Wie geht es.